Herzlich Willkommen am Weihnachtsmorgen, ne? So, man sehen kann, unschwer, verkellen kann. Man sehen kann, unschwer, verkellen kann. Ich bin im roten Wald, ja? Und jo. Erfahre mich einfach ein bisschen. Und jo. Ich hab auch schon endlich ein 90er gemacht, gar kein Thema. Ich hab auch schon endlich ein 90er gemacht, gar kein Thema. So, sorry, ich hatte kurz eine kleine Unterbrechung. So, sorry, ich hatte kurz eine kleine Unterbrechung. Oh, that goes on. Oh, that goes on. Jo, der DMG. Wohne noch 3 Stunden. Jo, der DMG. Wohne noch 3 Stunden. Oh, fuck. Ich mach halt leider echt nicht so viel DMG. Ich mach halt leider echt nicht so viel DMG. Deswegen, wenn ich gleichzeitig ein shit. Ich weiß nicht, wenn ich gleichzeitig ein... Ich weiß nicht, wenn ich einiges verkaufen kann. Weil ich einiges verkaufen kann. Ich hab jetzt hier noch so ein Schild auf neu gezogen. Ich hab jetzt hier noch so ein Schild auf neu gezogen. Ich bin grad dran, hier meine Hilfenindustrie-Inhaltskette hochzuziehen. Ich bin grad dran, hier meine Hilfenindustrie-Inhaltskette hochzuziehen. Weil man mega homo, warum es mich ihm gekickt hat. Was ist denn jetzt für ein shit los? Ja, also noch ein fröhliches Weihnachtsfest, ne? Ja, also noch ein fröhliches Weihnachtsfest, ne? Das ist was von mega komisch. Das ist was von mega komisch. Das ist was von mega komisch. So, ich musste mich hier auch ein bisschen drum kümmern, ich habe eben gelesen, ein wahrer Schock für jedermann, Justin Bieber ist in Rente gegangen oder geht in Rente, ich konnte es und wollte es auch nicht glauben, schiel es für ein glattes Märchen, aber wenn man dann machen muss, so, ich musste mich hier auch ein bisschen drum kümmern, ich habe eben gelesen, ein wahrer Schock für jedermann, Justin Bieber ist in Rente gegangen oder geht in Rente, ich konnte es und wollte es auch nicht glauben, schiel es für ein glattes Märchen, aber es ist angeblich 100 Millionen Dollar schwer, wenn man dann machen muss, 100 Millionen kann man ganz gut auskommen, der hat drei Jahre jetzt gearbeitet, seit er 16 ist oder seit wie lang, und der hat es richtig gemacht, der hat es angeblich 100 Millionen Dollar schwer, 100 Millionen kann man ganz gut auskommen, der hat drei Jahre jetzt gearbeitet, seit er 16 ist oder seit wie lang, und der hat es richtig gemacht, der hat es richtig gemacht, der hat ist, ich sehe es gerade auch, das kann natürlich auch alles nur Promotion sein, für das Album, das Album, der hat es ja wirklich nur ein Experium, ich sehe es gerade auch, das kann natürlich auch alles nur Promotion sein, und es lag, gerade wieder für das Album, es ist ja das so ein XP-Ring. Hab schon eingetroppt, gehen hier euch selber auf, wenn ich hochleveln will, bräuchte ja selbst. Und es lag gerade wieder auf wundersame Weise. Das wäre am liebsten so ein XP-Ring. Hab schon eingetroppt, gehen hier euch selber auf, wenn ich hochleveln will, bräuchte ja selbst. Die Kommentare sind eigentlich meistens lustiger als alles andere. Aber warum lag denn der Schütze? Die Kommentare sind eigentlich meistens lustiger als alles andere. Da hat einer geschrieben, ja also hoffentlich macht er ernst und das ist so ein Unsinn, der mich noch wenig, also das ist die Sache, die mich an Weihnachten am wenigsten interessiert. Justin Bieber ist ja auch so, den juckt auch niemand. Also ich sag mal von den normalen Menschen, den mal ausnahmen. Da hat einer geschrieben, ja also hoffentlich macht er ernst und das ist so ein Unsinn, das ist dann natürlich auch eine Option, aber ich glaub nicht, dass ich früher aufstehe und dann noch ein Video schnell hochladen. Das ist dann natürlich auch eine Option, aber ich glaub nicht, dass ich früher aufstehe und nichts reinschmeißen. Das glaub ich eher weniger, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und noch was reinwerfen, ach ne läuft das so ganz gut. Da müssen wir nichts reinschmeißen. So. So. Oder hat der eben raus? So. Oder hat der eben raus? Oder hat der eben raus? Mhm. Nein, das hab ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich dir das Bild nebenher gelesen. Nein. Nein, jetzt habe ich dir das Bild nebenher gelesen. Nein. Ich habe mir vorhin schon mehr den gemacht. Auf D-Max kommt er den ganzen Tag die Schatzsuche. Ich habe mir vorhin schon mehr den gemacht. Ich habe mir vorhin schon mehr den gemacht. Auf D-Max kommt er den ganzen Tag die Schatzsuche. Muss man wissen. Es geht voran. Aber alles halt so schleppend. So, jetzt muss ich hier so keine anmachen. So, jetzt muss ich hier Sky da anmachen. Noch aus der Welt Unterhaltung gibt. Na, stürmisch in Norddeutschland und in England auf der Insel, ja. Jetzt kann man lösen. Oh, du machst das Ding jetzt fertig. So. Was es noch aus der Welt Unterhaltung gibt. Jetzt hat er mal gesehen, wie lange es dauern kann. Oh, der klopft da vor sich hin. Oh, um nichts. Nichts. Wieder nichts zu erhalten. Ich gehe jetzt mal kurz auf den Markt. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie lange es dauern kann. Mich nervt es, aber ich bin nicht angepüßt. Um nichts. Was da jetzt nichts Großes dabei war, aber... Hier. Ähm. Um... Nichts. Nichts. Wieder nichts zu erhalten. Dann nehme ich mal kurz auf den Markt. Mich nervt es, aber ich bin nicht angepüßt. Sagen wir so. Was da jetzt nichts Großes dabei war, aber... Oh, du wechseln wir kurz in den Tee. Also, das sage ich schon mal, bis gleich. Oh, ne, jetzt muss ich jetzt Channel wechseln. Und jetzt gehen wir weiter. Wow. Ja, gut. Wechsel mal kurz in den Channel. Hey, ich kann es gar nicht gar nicht sagen. 1100 Minuten gleich. Da muss ich bestimmt irgendwann mal nicht ausgelockt haben. Oh, da ist viel Lust. Da haben die da gestern viel gefahren. Die uns Leute. Da müssen die Breite eigentlich... Oh, da ist viel Lust. Da haben die da gestern viel gefahren. Die uns Leute. Da müssen die Breite eigentlich... ich glaube ich habe es um die 30 ähm was brauche ich denn ich brauche jetzt eine htk und 54er schuhe äh was hast du guck mich denn ich glaube ich habe es um die 30 brauche ich nicht ähm was brauche ich denn ich brauche jetzt eine htk und 54er schuhe und will für die kauf ich nicht vor euch nicht und will für die kauf ich mich hier wo ich mir den gemacht aber nicht nur für drei stunden hier und dort wo ich mir den g macht kratzentropfen aber nicht nur für drei stunden eine million solch das ist jetzt die freie aber immer nicht nur vorhanden alle nur für auf das ist jetzt die freie 30 ich habe Bock auf weiter hochlevel dann die Krotter Oh, da brauche ich jetzt langsam schonmal passendes Equipment. Ich hätte echt mehr Bock auf weiter hochleveln. Dann die Grotte. Oh, da brauche ich jetzt langsam schonmal passendes Equipment. Heißt der, er geht ja. Tatsächlich geht der. Coins, vote for coins. Ich habe das schonmal gewartet. Ah doch. Ah, da kann ich mehr in htkwarten. V2500coins ist ja klar. Tatsächlich geht der. Coins, vote for coins. 54 Equipment. Ich habe das schonmal gewartet. Ah doch. Ah, da kann ich mir in htkwarten. 75er Waffen. Steine. Ah, da kann ich in stein holen. 54 Equipment. Ah, da kann ich mir in htkwarten. Steine Ah, da kann ich einen Stein holen Ich check das mit den Mauns eh nicht Drei Tiere, so was suche ich ja Hier Drei Tiere, so was suche ich ja Hier sind alles in XP Hier Ne, ich brauch so einen Kriegskeiler Hier ist alles in XP Ne, ich brauch so einen Kriegskeiler Booster Ade Dann brauch ich mal Ach, chill mal Ne, trotzdem Booster Ade Ach, chill mal Ne, trotzdem Glaub mir, jetzt ruhen, könnte ich auch selbst mal aufmachen Sex haben Boah, das ist Hammer Erfahrungsring Mit 200 Coins Mit 200 Coins Lol Ich muss überlegen, was ich mir hole Auf jeden Fall sei ich froh, oder? Auf jeden Fall Wer ist das denn mit半 Ach, das lohnt sich echt Selbst festgestellt Auf jeden Fall sei ich froh, oder? das? Ähm, ja. Ich sag dann an der Stelle tschau und noch frohe Weihnachten, sorry für den Part, aber der war jetzt nicht so besonders. Ähm, ja, Hammer, ich hätte Kicks, ich hätte Lags, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen und ja. Dann wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und sag dann tschau und haut rein, ne? Ihr wisst Bescheid.